Moin moin, liebe Seniors, liebe Senoritas und liebe Fabrikbesitzer, ich bin natürlich der Internet Explorer und bringe dir Neuigkeiten von vor zwei Wochen. Aus persönlichen Gründen kann ich euch die Friday Facts Nummer 360 erst heute präsentieren, aber ich sag mal besser spät als nie. Falls du unter einem Stein leben solltest, hier die großen Neuigkeiten, Factorio 1.0 wurde veröffentlicht und damit ist Factorio offiziell fertig. Da auch ich meine Serie hier auf YouTube, die Factorio Friday Facts, zu Ende bringen möchte, wollte ich nicht darauf verzichten, mit euch gemeinsam den letzten Blog-Eintrag der Entwickler durchzugehen. Nach dem Intro gucken wir mal gemeinsam rein, liebe Leute, und bringen das Ganze hier zu einem emotionalen Ende. Und da sind wir. 360 Wochen in Folge haben die Entwickler freitags ihren Blog-Eintrag aktualisiert und haben es jetzt vor zwei Wochen am 14.08. das letzte Mal getan. Jedenfalls voraussichtlich, aber ich möchte diesem Video natürlich nicht vorweggreifen. Der Blog-Eintrag beginnt erstmal mit einer großen Danksagung und dem Hinweis, dass die aktuelle Zeit für die Entwickler eine ganz besondere ist, da je nachdem die Leute, die von Anfang an dabei waren, jedenfalls die Crew schon 8,5 Jahre an diesem Projekt arbeitet. Da ist es, glaube ich, nur verständlich, dass so eine bittersüße Schwere auf einem liegt, wenn man so ein Projekt zu Ende bringt. Natürlich werden die Entwickler jetzt nicht alles niederlegen und es sind noch ein paar offene Aufgaben für die Entwickler und die technische Umsetzung von Factorio vorhanden. Das heißt, langweilig wird ihn deshalb jetzt noch nicht. Trotzdem ist es natürlich ein ganz besonderer Moment, wenn man so lange an etwas rumschraubt und dann sagt, so, jetzt ist es so, wie wir es haben wollten. Jedenfalls zu 98 Prozent. Auch wenn die Entwickler in den letzten 8,5 Jahren, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, grandiose Arbeit geliefert haben, wäre Factorio so vermutlich nie geworden, wie es heute ist, ohne die Unterstützung der Fanbase, die von der ersten Minute an mit dabei war. Deshalb ist es auch nur verständlich, dass die Entwickler sich an erster Stelle bei den Leuten bedanken, die damals im Jahre 2013 bei der Indiegogo-Kampagne sich finanziell beteiligt haben und dieses Spiel finanziell unterstützt haben, als das alles nur eine vage Idee war. Die Namen dieser Supporter lassen sich ja heute immer noch im Spiel finden. Habt ihr euch nämlich mal gefragt, wo diese ganzen Namen herkommen, wenn ihr eine Zugstation baut oder ein Labor? Ganz richtig, diese ganzen Random-Namen, die dort angezeigt werden, sind gar nicht so random, sondern eben die Unterstützer, die von Anfang an mit dabei sind. Unterstützung hat aber nicht immer etwas mit Moneten zu tun. Es kann genauso hilfreich sein, und deshalb werden hier noch ganz viele andere Partien aufgelistet, bei denen sich die Entwickler explizit bedanken. Zum Beispiel die Leute, die die ganzen Bugs reported haben. Über 18.000, fast 19.000 Bug-Reports wurden an die Entwickler geschickt, damit sie den Fehlern auf den Grund gehen können und dafür sorgen können, dass Faktorio heute das überaus stabile Spiel ist, das es geworden ist. Des Weiteren bedanken sie sich bei den Machern der über 5.500 Mods, die es mittlerweile schon für Faktorio gibt. Auch das bringt natürlich einen ganz großen Teil für den Wiederspielwert und die langfristige Motivation dieses grandiosen Spieles mit sich. Sie bedanken sich auch bei Seno, auch wenn sie mich nicht namentlich erwähnen, bei den ganzen Videocreatern, die auf Twitch streamen oder auf YouTube Tutorials machen usw. Da fühle ich mich dann schon ein kleines bisschen tatsächlich bei angesprochen. Es wird sich noch bedankt bei den Leuten, die die Übersetzung übernommen haben. Nicht das Unternehmen, das sie jetzt zuletzt beauftragt haben, sondern die Fanbase, die sich auf Crowden hingesetzt hat und die englischen Texte in ihre eigenen nativen, heißt das so, heimischen Muttersprachen übertragen haben. Ihr seht also schon, die Entwickler wissen selber auch, dass nicht nur sie dieses Spiel entwickelt und umgesetzt haben, sondern dass auch die Ideen, die Kritik, das Feedback und der Rückhalt der Community in den Entwicklungsprozess mit hineingeflossen sind. Im Sinne dessen, mein lieber Zuschauer, darfst du dir sogar zweimal auf die Schulter klopfen. Einmal links und einmal rechts. Links von den Factorio-Entwicklern dafür, dass du quasi am Entstehungsprozess teilgenommen hast, auch wenn du jetzt keiner bist, der unbedingt einen Puck-Report eingesendet hast oder so. Alleine dadurch, dass du das Spiel gekauft hast, hast du ja schon deinen Beitrag geleistet. Außer du bist ein böser Raubkopierer, dann gehen die Ecke und schäme dich. Des Weiteren darfst du dich auf die andere Schulter klopfen, weil du natürlich auch mich unterstützt in Form deines Zuschauens auf diesem Kanal und in Form des Abos, das du hoffentlich dagelassen hast. Wenn nicht, dann wäre jetzt ein guter Moment, das eventuell nachzuholen. Denn ich erwähne das gerne nochmal, immer wo ein kreativer Kopf etwas erschafft, ob es nun ein YouTube-Tutorial oder ein faszinierendes, tausend Stunden verschlingendes Ungetüm eines Computerspiels ist, muss die Community dahinterstehen und dem Entwickler oder dem kreativen Kopf den Rücken frei halten. Und ihr, meine lieben Zuschauer, Seniors und Senoritas und Fabrikbesitzer, haltet mir den Rücken frei, so wie die anfänglichen Unterstützer Faktorio, Faktorios, die Entwickler, den Rücken frei gehalten. Der Satz war jetzt ein bisschen komisch, aber ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe es hinten raus verhauen, aber ich bin einfach froh, dass ihr da seid. Herzlichen Dank. Dafür unterschätzt niemals, wie wichtig euer Einfluss ist. Ja, nach 8,5 Jahren ist Faktorio aus der Early-Access-Phase jetzt raus. Das öffnet, wie die Entwickler hier schreiben, das Spiel für diejenigen Personen, die aus Prinzip keine Early-Access-Titel spielen oder Reviewer, die sich nur fertige Spiele angucken. Davon gibt es verständlicherweise eine ganze Menge, weil sich ja im Laufe der Jahre bei Spielen, die im Early-Access sind, sehr viel ändern kann. Ich persönlich dachte nicht, dass ich es auf meinem YouTube-Kanal so deutlich zu spüren bekomme, was die Öffnung der Schleuse, nenne ich das mal, für Konsequenzen hat. Aber ich kann euch anhand meiner Aufrufszahlen sagen, doch, das macht sich schon ganz schön bemerkbar. Und das ist ja nur ein kleiner Teil der deutschen Community, die auf meinem Kanal vertreten ist. Von daher, wow, ich glaube, was die Overall-Numbers angeht, die die Entwickler selber verfolgen können, was die Verkaufszahlen und die Online-Spieler und so weiter anbelangt, werden sie auch positiv überrascht sein. Die beiden Trailer, die man hier sieht, einmal der offizielle 1.0-Launch-Trailer und einmal der Trailer 2020, darf ich natürlich wegen Copyright hier nicht abspielen. Die findet ihr aber auf YouTube zur Not selbst und könnt ihr euch angucken. Die sind auf jeden Fall gelungen. Der obere ist komplett neu, der untere hingegen ist mit den modernen Grafiken angepasste Version des alten Trailers. Und dann gibt es natürlich noch eine kleine Änderung, die hier unten angesprochen wird. Das werden die meisten von euch schon mitbekommen haben, deshalb ist es wahrscheinlich jetzt kein großer Spoiler. Es gibt ein neues Vehikel, wenn man das so nennen möchte, im Spiel. Ein Vehikel, das man entweder selber fahren kann oder mit einer Fernsteuerung kontrollieren kann. Ein Vehikel, das über Hindernisse und kleine Tümpel Wasser hinwegstampfen kann. Es hat ein eingebautes Radar und kann Blaupausen beherbergen. Es hat ein Equipment Grid, also das kleine Raster, in dem man seine Werkzeuge platzieren kann oder seine Tools. Und kann deshalb Bauchroboter benutzen und auch Kampfequipment. Es hat vier schnell schießende Raketenwerfer. Es wird im Very Late Game, also ganz hinten im Spiel, erforscht. Man braucht dafür alle Forschungspäckchen außer die, die man über die Rakete bekommt. Und man kann mehrere davon haben. Allerdings braucht jede ihren eigenen Controller, um damit mehrere steuern zu können. Es ist natürlich die Rede vom sogenannten Spider-Tron. Wir haben auf diesem Kanal schon hin und wieder über den Spider-Tron gesprochen. Die Entwickler hatten überall mal kleine Hinweise eingestreut, dass dieses Vehikel kommen wird. Und zum 1.0 Release haben wir es nur nach langem, langem Warten endlich bekommen. Die größte Frage, die jetzt gestellt wird, ist, wie geht es denn jetzt weiter mit Faktorio? Und die Antwort ist, ich habe es eingehend schon gesagt, es gibt noch genug zu tun für die Faktorio-Entwickler. Es gibt noch, was schreiben Sie hier, 150 offene Bugs ungefähr und 80 interne Aufgaben, die noch gemanagt werden müssen. Zum Beispiel, dass man einen Continue-Button hat, der einen aber immer nur in den Singleplayer befördert. Was für die Leute, die regelmäßig online spielen, ein bisschen nervig sein kann, wenn sie das Spiel starten, auf den grünen Continue-Button klicken und dann in einem Singleplayer-Spiel von vor drei Jahren landen, anstatt auf dem Server, in dem sie die letzten sechs Monate täglich gespielt haben. Eine von vielen kleinen Sachen, die die Entwickler noch verbessern wollen. Für den Blog hier, den wir uns immer freitags angeguckt haben, meine liebe Leute, bedeutet das erstmal, dass nicht mehr damit zu rechnen ist, dass wöchentlich Updates kommen. Ob nie wieder etwas hier im Blog gepostet wird, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Hier unten kommt nur die Nachricht, wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, soll hier unten seine E-Mail-Adresse hinterlegen. Hat der gute Sehno natürlich gemacht. Wenn die Entwickler mir irgendwelche Neuigkeiten zuschicken, dann werde ich euch hier auf dem Kanal natürlich davon erzählen. Wenn ihr selber auch eine E-Mail wollt, gebt den Entwicklern eure Daten. Was bedeutet das für uns, meine lieben Freunde und für diejenigen von euch, die sich immer darauf gefreut haben, freitags von mir Updates zu erhalten? Ich habe verschiedene Ideen, wie ich diese Lücke schließen kann. Erstmal habe ich vor, freitags auch jetzt live zu streamen. Statt nur montags bis donnerstags auf Twitch, möchte ich jetzt montags von freitags online sein und euch da live Unterhaltung geben. Wir spielen da aktuell eine Version 1.0 Faktorio Run Vanilla mit Quality of Life Mods. Das heißt, die Rezepte sind so wie in Vanilla Faktorio. Aber wir haben zum Beispiel das Squeakthrough dabei, wir haben even Distribution dabei und so ein paar Mods, die das Leben einfach ein bisschen angenehmer machen. Um uns das Leben gleichzeitig aber unangenehmer zu machen, spielen wir mit dem Forschungsmultiplikator 100. Das heißt, wir brauchen für jede Forschung 100 Mal so viele Pakete, Forschungspakete wie normalerweise. Ich kann euch sagen, der Anfang war hart. Die Videos findet ihr einmal auf YouTube. In den nächsten Tagen werden da die ersten Parts hochgeladen. Und wenn ihr da live dabei sein wollt, kommt ihr bei Twitch vorbei. Des Weiteren möchte ich diese Lücke hier schließen. Ich habe die Idee, da Dwarf Fortress bei euch verrückten Leuten ja total gut angekommen ist hier auf dem Kanal, dass ich die Friday Facts quasi jetzt von Faktorio Friday Facts FFF zu Dwarf Fortress Facts DFF umbenenne. Und wir uns dann den Entwicklungsstatus von Dwarf Fortress angucken. Denn das ist ein unglaublich geniales Spiel. Ich darf jetzt nicht anfangen, über dieses Spiel zu schwärmen, sonst sitzen wir hier morgen noch. Es ist mein Lieblingsspiel. Es hat noch einen höheren Stellenrang für mich als Faktorio persönlich. Und deshalb würde ich euch gerne da noch ein bisschen mehr dran ranführen. Und die Dwarf Fortress Entwickler, das sind zwei Brüder, die sind momentan in einer Kooperation mit Steam. Steam hat, beziehungsweise Valve, Steam oder Valve, ich weiß nicht genau, wer dafür verantwortlich ist. Es ist ja alles unter einem Dach quasi. Hat Entwickler abberufen, die sich dran machen und mit den beiden Brüdern zusammen das Spiel auf Vordermann bringen. Es ist jetzt schon auf Vordermann. Es ist das komplexeste und ich verarsche euch nicht. Es ist das komplexeste, umfangreichste Spiel, das es auf dieser Welt gibt. Das wird seit 13, 12 oder 13 Jahren entwickelt. 16 Jahre, glaube ich, entwickelt von zwei Leuten. Und es ist einfach unglaublich. Blablabla, ich schwärme schon wieder. Jedenfalls tun die sich mit den Steam-Menschen zusammen, die das Interface und so weiter überarbeiten und das Ganze grafisch aufpäppeln. Und ich würde euch da ganz gerne eigentlich auch dann wöchentlich einmal News zu geben. Ob ich das wirklich umsetze, weiß ich nicht. Diese Idee habe ich auf jeden Fall im Kopf. Eine andere Idee ist es, einen Multiplayer-Server zu starten und meine Patreons und Twitch-Abonnenten dort spielen zu lassen. Und dann immer einmal pro Woche quasi ein Update zu machen, wie sich diese Karte entwickelt hat. Fände ich auch ganz nett. Muss noch ein bisschen Planung mit rein. Steht alles noch ein bisschen in der Schwebe. Auf jeden Fall könnt ihr euch sicher sein, der Senor lässt sich da etwas einfallen. Und solange ich noch nichts habe, gibt es halt einfach Livestreams. Na, so sind wir alle, glaube ich, ganz zufrieden. Ja, und wenn du zufrieden bist, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Schreib einen netten Kommentar. Die letzte Chance, die Friday-Facts zu kommentieren, höchstwahrscheinlich erstmal. Ja, lass ein Abo da und teile meine Videos und bla bla bla. Komm im Livestream vorbei. Du kennst das Ganze. Recht herzlichen Dank geht auch nochmal raus an die Patreons, die natürlich so freundlich sind und mich monatlich unterstützen, damit ich meine ganzen Rechnungen zahlen kann. Zum Beispiel für die Creative Cloud von Adobe, die mich monatlich, danke, Geld kostet. Damit ich einfach weiter Videos für euch und die Community machen kann. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Habt eine schöne Zeit und denkt dran, auch ab Version 1.0 will die Fabrik natürlich wachsen. Ich habe ein kleines wehmütiges Gefühl, aber es ist wie ein Pflaster. Ich ziehe es einfach ab und wir sehen uns natürlich in jedem anderen Video wieder. Also, dieses Projekt ist erstmal abgeschlossen. Ganz besonderer Dank geht raus an Angry German General, Mr. One P, LNN 5000, Cyberbone, Sky und Pixercrafter. Ihr seid legendär und ihr wisst es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.